Herzlich Willkommen zu einem weiteren FM22 Video, heute gibt es nochmal eine neue Top 10 Liste, die 10 besten Dribbler im FM22, dafür haben wir uns verschiedene Attribute angeschaut, einmal natürlich das Attribut Dribbling ist ganz logisch, Flair ist ganz wichtig für gute Dribbler, die Beweglichkeit ist wichtig, aber auch der Antritt und auch die Balance, das sind zwei Nebenattribute, die wir hier noch mit 50% bewerten, heißt wenn da jemand 20 Punkte hat bei der Balance, dann hat er eben 10 Punkte in der Bewertung hier am Ende, kann man 80 Punkte erreichen und je nachdem wie viele Punkte die Spieler durch diese Attribute gesammelt haben, kommen sie hier eben auf einen der 10 Plätze. Starten wir also mit Platz 10 der Liste und zwar ist das Jeremy Boga von Atalanta, 24 Jahre jung, ein Spieler, wo wir auf jeden von euch alles gesehen haben, ich bin extrem gespannt wie die Zukunft von Boga aussehen wird, seine Attribute sehen folgendermaßen aus, wir haben 18 Dribbling, 18 Flair, 17 Beweglichkeit, 12 Ballons und 17 Antritt, somit kommt er auf 68 vorne, möglichen 80 Punkten. Ein ebenfalls sehr interessanter Spieler, auch mit 25 Jahren noch, ist Daniel Pudenz, ich weiß nicht wie man ihn wirklich ausspricht, aber auf jeden Fall ist das ein sehr starker Dribbler von den Wolves, er hat 17 Dribbling, 18 Flair, 17 Beweglichkeit, 16 Antritt und 16 Ballons, also dementsprechend auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, kommt auf 68 Punkte, ich habe gerade auch nochmal bei Boga nachgeschaut, der kam nicht auf 68, sondern auf 67,5 Punkte, somit ist er hier Platz 9 in der Liste. Auch Nikolaus Pepe ist ein sehr starker Dribbler und kommt ebenfalls auf 68 Punkte, bei ihm ist es aber so, dass der besser in den Hauptattributen Dribbling, Flair und Beweglichkeit ist, da hat er eben 17 Dribbling, 18 Flair, 18 Beweglichkeit, er hat dazu noch 17 Antritt, ist nicht so gut was die Ballons angeht, aber insgesamt auf jeden Fall ein unfassbar starker Spieler und es kommt somit auf Platz 8. Er ist gerade beim FC Bayern München im Gespräch, ein sehr schwieriger Charakter, aber dafür ein unfassbar begnadeter Fußballer, 18 Dribbling, 18 Flair und 18 Beweglichkeit, hat Ousmane Dembélé dazu, 17 Antritt, Ballons ist nicht so gut bei 11, also da ist er ein Spieler, der recht häufig auch mal fällt, holt dafür aber auch das ein oder andere mal einen Freistoß raus, insgesamt auf jeden Fall ein sehr starker Spieler, da muss man auch sagen, der FC Bayern München kann die momentan Ablösefrei bekommen, und wenn man da mit ihm charakterlich irgendwie klarkommt, kann das auf jeden Fall eine sehr gute Verstärkung werden, er kommt ebenfalls auf 68 von möglichen 80 Punkten. Bernardo Silva ein Ausnahmekönner am Ball und gerade mal noch 26 Jahre alt, ich habe tatsächlich gedacht, dass der deutlich älter wäre, spielt mittlerweile schon 5 Jahre für Man City, ist da ein unfassbar wichtiger Bestandteil an der Meistermannschaft in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren, weil er eben an den Erfolgen von Manchester City maßgeblich teillegt, er hat 17 Dribbling, 17 Flair, 19 Beweglichkeit, 15 Antritt und 16 Ballons, und somit kommt er auf 68,5 Punkte, ist knapp besser als die zuvor genannten Spieler. Platz 5 der Liste ist ein feilschneller Flügelspieler, Adama Traurier, kommt auf 20 Antritt und 20 Schnellkeits, ist somit auch der schnellste Spieler im FM22, dazu habe ich ja auch mal eine Liste gemacht, könnt ihr euch sehr gerne auf jeden Fall mal anschauen, Er gehört allerdings auch zu dem besten Dribbler im FM22, kommt auf 18 Dribbling, 18 Flair und 15 Beweglichkeit, dazu hat er eben diese 20 Antritt und 15 Ballons und kommt somit insgesamt auf 68,5 Punkte, das ist auf jeden Fall unfassbar stark, ich finde ihn hier ein bisschen zu stark gemacht, was die Dribbling-Attribute angehen, aber er ist auf jeden Fall eine unfassbare Waffe und dementsprechend auch im FM22 ein sehr starker Spieler. Kylian Mbappé hat mit Platz 4 knapp den Treppchenplatz verpasst, ist allerdings trotzdem ein unfassbar starker Spieler, ist übrigens der, der sich mit Adama den Platz als schnellsten Spieler im FM22 teilt, denn auch er hat 20 Antritt und 20 Schnellkeits, ist natürlich ein geisteskrank guter Spieler, gerade seinen Vertrag bei PSG für unfassbare Summen verlängert und dementsprechend würde er auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal ein bisschen mehr auf der Gehaltsliste PSG kosten, er hat momentan sogar einen Marktwert von 127 bis 380 Millionen Euro, ist ja noch 22 Jahre jung, also da kann man sich auf jeden Fall auf eine krasse Zukunft freuen, er hat 18 Dribbling, 18 Flair, 20 Antritt und 16 Beweglichkeit, dazu 15 Ballons und kommt somit, ich habe noch gar nicht geguckt auf wie viele Punkte, 69,5 Punkte. Diese Saison erst seinen Vertrag bei einem ganz großen Klub unterschrieben, war gestern im Champions-League-Finale und kommt auf 19 Dribbling, 19 Flair, 17 Beweglichkeit, 17 Antritt und 14 Ballons, unfassbar starke Attribute hat Luis Diaz, er kommt somit auf insgesamt 70,5 Punkte von den möglichen 80 Punkten, also da wirklich sehr nah am Limit und somit ganz verdient hier auf Platz 3. Neymar Junior darf in so einer Liste natürlich nicht fehlen, er hat einen Marktwert von 114 bis 343 Millionen, Euro verdient, 700.000 Euro die Woche, ist jetzt spätestens nach dem Mbappé-Deal nicht mehr der wertvollste Spieler in der Mannschaft und wahrscheinlich auch nicht mehr der wichtigste Spieler, also Mbappé hat auf jeden Fall ihm so ein bisschen den Rang abgelaufen, trotzdem kommt Neymar hier auf unfassbar starke Dribbelwerte, er hat 20 Dribbling und 20 Flair, also auf dem Maximum ist er da, 18 Beweglichkeit dazu, Antritt auf 15 und Ballons bei 14, somit hat er insgesamt 72,5 von 80 möglichen Punkten, also fehlen gerade mal 7,5 Punkte zum Maximum und dementsprechend natürlich hier ein unfassbar starker Spieler auf Platz 2. Und natürlich ist Lionel Messi auf Platz 1 dieser Liste, somit macht er das PSG-Trio vorne komplett in dieser Liste, 20 Dribbling, 20 Flair, 16 Beweglichkeit, dazu kommen 16 Antritt und 80 Ballons, also völlig verrückt, 73 Punkte hat er insgesamt, mit 34 Jahren ist das schon ein unfassbar starker Wert. Das war es dann schon wieder von dieser Top 10 Liste, ich habe noch ein paar Spiele aufgeschrieben, die es nicht ganz in die Liste reingeschafft haben, die ich euch trotzdem nochmal nennen wollte, weil da finde ich, der ein oder andere interessante Spieler noch dabei ist, wir haben einen Dybala, wir haben einen Eden Hazard, der trotz seiner Schwäche in den letzten Jahren hier immer noch zu den besten Dribblern gehört, wir haben einen Brahimir, Viroi Sané, Jadon Sancho, einen Alejandro Gomez, der im hohen Alter immer noch zu den besten Dribblern im FM22 gehört, außerdem ein Phil Fodener und ein Emre Moore, also das ist eine ganz große Überraschung, er immer noch unfassbar starke Dribbling-Stats und dementsprechend hier auch noch ein Spieler, der knapp die Liste verpasst hat, zum Abschluss gibt es noch Jesus Corona. Das war es auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, ciao!